Wir haben keinen Dingsweg gekriegt. Okay, ähm. Wir gehen noch mal hin, wenn wir noch mal ins Nichts kommen. Wir skippen einfach. Ist ja genau das gleiche, nur ganz am Ende nehmen wir einen anderen Ausweg. Okay, ähm, ja. Wir sind jetzt im Nichts. Ja, ihr kennt's. Ich kann nicht nur runterspringen. Okay. Okay, wir gehen jetzt runter. Ähm. Alles, um hier rauszukommen? Nein, ist es nicht. Ich hätte gerne mehr Welt fürs Retten der Welt. Ich bin mal gespannt. Ist die lebendig, oder? Ne, ist nicht mehr lebendig. Ja, raus aus der Hölle. Jetzt sind wir wieder im Wald. Okay. Denkst du dir sicher? Er war schon ein paar Mal hier. Okay Das ist ein bisschen sarkastisch, kann das sein? Okay, ähm Wir sollen den Auftrag, ich mache es, ist egal Ich habe mich übersprungen Okay, einfach weiter War das jetzt das sechste Ende? Oh, der ist fünfte Au Seit wann ist Tapete dran gewesen, war da mal Holz Oh Kuckuck Ist ja nicht dein Geist Sie guckt so fröhlich Das ist auch ein Geist, das stimmt Okay. Wollen wir mit dem Wort diskutieren? Okay, wir wollten nicht diskutieren. Ich bin direkt getötet. Danke. Okay. Ich will noch mal gucken, was passiert, wenn wir die Wudefrau einfach wieder einsperren und gehen. Wahrscheinlich ein Nightmare oder irgendein anderes Ende. Und Sairing Contest, wenn wir mit ihr reden oder so? Okay, ich will jetzt mal gucken. Wir sperren sie dann einfach. Wir spielen durch, gucken wie es geht und dann sperren wir so einfach rein und gehen. Ja, okay. Wir wissen. Kann das niemand anders tun? Okay. Bist du vielleicht damit um? Wenn das andere Ende das ist, was wir eben hatten, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Option? Ja, genau. Sind wir nicht, natürlich nicht. Okay, wir gehen hin. So viele Optionen haben wir ja nicht. Ich weiß, sie wird Löwen, Betrügen und alles tun, um nichts zu sterben. Was auch verständlich ist. Mal gucken. Nehme ich das Schwert mit? Ich nehme einfach das Schwert mal mit. Mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Einfach sage, ja, ich lasse mich einfach... Vielleicht einmal mit dir reden. Und dann kriegen wir die Option. Ich weiß, wir hätten, glaube ich, die Option irgendwann mal. Komm mal, hi. Mal ein bisschen mit dir reden. Einfach nur ein bisschen quatschen. Weiß ich jetzt nicht, ähm. Ich würde das mal, ne? Oh. Oh. Gute Einwarn. Kann ich ihr das Schwert nicht geben? Wenn jetzt passiert da was Lustiges? Weil sie tötet mich einfach. Okay, ähm. Drop it. Legt's halt auch... Äh, lässt einfach fallen, legt's nicht hin. Thank you. Maybe now we can just... Talk. Ja. Okay. Okay. Against your better judgment, when you step forward to speak with the princess face to face, unarmed, we'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you, there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. So, this is a pretty awkward start to a relationship. Okay, ähm. Ja, relationship. Relationship? Wie krieg ich dich hier raus? Ja, wenn du... I'm here because you are in the world. Okay, ähm. Ich frag... Frag ich als erstes, äh... Beziehung. Warum? Okay, so war das gemeint. Wie krieg ich dich hier raus? Ah, ich glaub, es hatten wir schon. Das sie halt so keine Erinnerung hat. Das ist irgendwie suspekt, ich weiß nicht. Geben. Also wir haben schon zwei echt, äh, ne, ne, mit dem Geist nicht so viel. Wir haben zwei, zwei auf jeden Fall, zwei sehr bedrohliche Formen von dir gesehen. Und bei einer anderen warst du auch sehr stark. Bei einer anderen Form warst du einfach nur weird. Also du scheinst schon ein bisschen was im Kasten zu haben. Aber nicht unbedingt böse. Wir sind auf ihrer Seite. Ah, ich glaub, das haben wir... Die Rundbute haben wir noch nicht gehabt. Ja, geht nicht. Ja, geht nicht. Okay, ähm. Ja, der war... Ist ja irgendwie... Ist nicht... Ich hab dir diese Option gekriegt, nicht von wegen, ich lass dich unten. Okay. Ja, das hat mir schon geklärt. Du hast dir schon einmal selber abgekaut und mir haben einmal abgeschnitten. War eigentlich früher. Das stimmt auch wieder. Ja. 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 Ja, das Video Prinzess hatten wir schon. Und dann vielleicht was Slay. Ich hab's da anders überlegt. Okay. Okay, sie kickt mich, ja. Okay, dann können wir sie einsperren. Ah, jetzt ist die Tür auf. Aber jetzt sind wir tot. Oh, was ich? Oh, was ich? Oh, das hat sie sich ja schon losgelöst, wenn sie an der Tür ist. So lange war die Caddy ja nicht. Aber schon echt? Ja. Drohen kann sie auf jeden Fall sehr hoch. Und jetzt haben wir noch stärker gemacht. Das war nicht so smart. Ja, du bist kein Prinzessin, du bist wirklich ein Monster. Okay. Ich wäre aber auch wütend, wenn man gesagt hat, ich... Das war nicht so smart. 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 Ja. Ja. Jetzt doch mehr Geist. Ich glaub nicht, dass der Erzähler auf unserer Seite wirklich ist. Und dann einfach nur, weil die da steht. Oh gut, mir wurde noch schwer verletzt, weil ich ganz da ranliegen. Was ist das Spooky? Oh ja, ein Kiemen? Ist mir jetzt ein Fisch? Ich dachte, wir sind Vogel. Ja, das war ja mein Anfangsplan eigentlich. Ich wollte dir eigentlich helfen. Und dann ist etwas eskaliert, das tut mir leid. Das ist alles die Schuld des Erzählers. Die Schuld des Erzählers. Ja, auf jeden Fall mein Ende. Okay, das ist das Nightmare Ende. Okay. Wir gehen einfach hin. Das andere hatten wir ja schon alles, glaub ich, gemacht. Ja, da kann ich verstehen. Sie wird jetzt wahrscheinlich diese Gruselform haben. Diese... Nightmare-Form? Was ist sie eigentlich? Sie hat erst ne... 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 Sie hat die Kamera-Form an. Sie sind so eine Art Gestaltwandler? Was wäre es hier, ein Skinwalker-Stone eingeschwört? Die Prinzessin ist... Ist... ist es ein Skinwalker? Was wäre es hier? Was wäre es hier? Die Prinzessin ist ein Skinwalker oder sowas, das sie verwandeln kann? Oder generell einfach die Fähigkeit hat sich zu verwandeln? Weil sie hat ja... Einmal klar ihre Prinzessin, menschliche Form. Dann hat sie diese Teufelsform. Dann hatte sie diese komisch komplett weirde Form. Ist einfach... geschmolzen. Dann so ne Biestform. Gut geist, weil sie gestorben ist. Und jetzt war sie... Ist sie diese Nightmare-Form? Vielleicht ist sie ihre wirkliche Form? Ihre wahre Kraft? Sie ist ein Formantler. Oh! Wer sind eh hier? Oh, es sind mehrere! Hier! Da! Da! Zuschauer! Wollte sie halt eben nicht unten im Basement, sondern woanders? Die Geschichte ist eskaliert ein bisschen. Ne, Erzähler? Oh! 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 Was bist du denn? Penny, weil sie das größte sein, eine verlorene Cousine oder wie? Ihr Gesicht ist gebrochen. Oh no. Oh no. Das war ne Maske! Das war ihre Warfung und das waren doch alles Gestalten, die sich verwandeln kann. Ich glaube nicht, dass du dich dafür entschuldigst. Das ist alles deine Schuld. Das war ihre Warfung und das war ihre Warfung.